Steba DD1 Eco elektronischer Schnellkochtopf Ein elektronischer Schnellkochtopf verfügt über die Funktion eines normalen Schnellkochtopfs, aber er ist auch individuell einsetzbar, denn er benötigt nur den Anschluss an eine Steckdose und kann so auch mobil zum Beispiel auf dem Balkon oder beim Camping eingesetzt werden. Obendrein verfügt er noch über weitere Zusatzfunktionen. Der Steba DD1 Eco Schnellkochtopf mit einer Füllmenge von 5 Litern ist nicht nur mobil über eine Steckdose einsetzbar, sondern er ist auch vielseitig mit verschiedenen Garmethoden einsetzbar. Mit diesem Gerät kannst du Dampfdruck kochen, dämpfen, kochen, braten, warm halten und auch mit Niedrigtemperaturen garen. Beim Dampfkochen werden die Speisen schonend gegart und bewahren die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe und machen das Essen schmackhafter und bekömmlicher. Die Zeitersparnis ist immens, denn ein Gulasch kann hier in weniger als 30 Minuten zubereitet werden. Kartoffeln oder eine gesunde Gemüsesuppe sind bereits in 10 Minuten fertig. Das bedeutet nicht nur eine große Zeitersparnis, sondern hier werden auch die Energiekosten gesenkt. Mit einem 5-fach Sicherheitssystem ausgestattet ist das Gerät äußerst sicher und macht ein Öffnen unter Druck unmöglich. Um den Deckel zu öffnen, muss ein Schalter betätigt werden, was den Dampfdruck kontrolliert entweichen lässt und dann erst den Deckel freigibt. Aber nicht nur das, denn Du kannst dieses Gerät auch als Slowcooker bzw. zum Niedrigtemperaturen garen mit konstanter Gartemperatur zwischen 80 und 88 Grad nutzen. Aber es kann hier auch normal gekocht oder gebraten werden und eine Warmhaltefunktion erweitert den Einsatzbereich nochmals. Der programmierbare Timer schaltet das Gerät automatisch ab, wenn die Zeit abgelaufen ist. Auch die Temperatur lässt sich elektronisch exakt regeln und somit optimal auf das Gargut anpassen. Egal was Du in diesem Topf zubereitest, der Herd muss nicht in Beschlag genommen werden und bietet ausreichend Platz für die Zubereitung anderer Speisen. Ein multifunktionales Gerät für viele Zubereitungsmöglichkeiten. Das sehen auch die Amazon Kunden so, die dieses Gerät bereits ausprobiert haben. Hier werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten gelobt und da das Gerät so kompakt ist, ist es auch ideal für eine kleine Küche bzw. auch sehr gut außerhalb der Küche verwendbar, sofern eine Steckdose vorhanden ist. Auch als Reiskocher macht dieses Gerät sich hervorragend. Bei Amazon erreicht der Steba DD1 Eco Schnellkochtopf eine Kundenzufriedenheit von 4,7 von 5 möglichen Sternen. Ein multifunktionales Gerät mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis, denn dieser Schnellkochtopf ist zur Zeit auch noch ordentlich im Preis gesenkt und für unter 100 Euro zu erhalten. Ein Preisvorteil von fast 40%, den Du Dir sichern kannst, wenn Du sogleich auf den Link unterhalb dieses Videos klickst.